Holle rüh, meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play, äh, Zelda Picross. So, wir machen weiter, wir machen sofort weiter, Leute. Oh nice, wir haben eine obere Reihe fertig, das ist sehr gut. Können wir nämlich hier schon mal ein bisschen, ne, ist da Bescheid. Boah, das hat uns jetzt nicht so weiter geholfen, aber gut. Wenn das hier der 1 ist, zack, 1, 1, zack. 2, 1. Haben wir hier noch eine 6. Haben wir hier eine 2. Hier ist eine 3. Ups. Haben wir hier 3, 4, 5, 6. Hier ist eine 5. Jetzt haben wir hier eine 2. 5, 6, 7. Eine 2 und eine 4. Haben wir hier eine 3, die zusammen sein muss. Hier eine 3. Hier kommt schon mal der hin, das heißt, hier haben wir schon mal das. Zack und zack. So, 2, 1. Hier kommt eine 4. Hier kommt eine 4 irgendwie bis dahin. Hier ist eine 2 drin. Das haben wir hier, die 5. Hier hinten ist eine 3. Hier ist eine 6 mindestens. Hier können die 3 schon mal nicht hin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das kann weg, das kann weg. Hier sind zwei Dreien. Hier kommt die 2. Haben wir hier auch schon mal eine 2 abgehakt? Und eine 5. So, hier haben wir noch eine 3 dort irgendwie. Und hier. Und eine 3 hier fertig. Das ist eine 1. Das ist eine 1. Das ist eine 1. So. Dann muss hier unten ja die 1 und die 3 hin, weil sonst würde das mit den ganzen Einsen hier nicht mehr rausgehen. Glaube ich. Hier kann ja nirgends mehr mit der 3 hin. Stimmt. Genau, okay. Ähm. Dann kann hier keine 2 sein. Dann haben wir eine 3. Dann muss das hier die 3 sein und dann muss hier die 1 sein. Zack. 4. Und eine 3 bis dort. Das hier hinten ist auch eine 4 von mindestens hier. 4. Zack. 1, 2. 2. 2. Warte mal. 1, 2. Zack. 1. Würde doch noch passen. 1, 2. Zack. 1, 2, 3, 4. So. Bis hier mindestens. Haben wir hier auch eine 4 schon mal. Äh. Das hier muss eine 2 sein. So. Haben wir hier 1 sind fertig. Hier eine 1 und die 2 fertig. Hier muss da die 4 irgendwie sein. Dann haben wir hier hinten auch die 1. Okay. Das kann weg. Hier eine 2. Hier muss die 1 sein. Haben wir hier eine 4 und eine 3 fertig. Und die 2. Kommt hier die 2 und hier die 2. Hier die 2. Hier die 2. Hier die 5. Die 1. Die 1 und die 2. 2. Äh. Dann ist das hier auch fertig. So. Dann kann ich erstmal die ganzen Sachen, die ich schon fertig habe, jetzt komplett einmal wegxen. Hier habe ich auch kein Feld mehr. Und hier auch nicht mehr. Okay. Haben wir hier denn? Ja, hier hinten haben wir die Reihe. Okay. Dadurch haben wir hier auch das. Und die 2 hier. 2 und 4. 3. Zack. 3. 4. 4. 6 ist fertig. 1. Jetzt. Und hier noch eine 3 hin. Hier unten haben wir noch eine 2. Und eine 3. Ein Goblin. Heißen die Goblins? Ne, Moblin, ne? Ne, Goblin. Ne, Moblin. Bocklin. 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 Meine Güte. Schwieriges Wort. Okay. Oh, wir haben 2 Nullen. Alles klar. Fangen wir mal hier an. So, zack. So. Hier kann ein X hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das kann weg. Das hier wird eine 1 sein. Das hier wird eine 1 sein. Das hier wird eine 2 sein. Hier hinten kann keine 4 oder 3 mehr rein. 1, 2, 3, 4. Zack. Das ist eine 1. Muss hier eine 1 sein. 1, 2, zack. 1, 2, 3. Hier ist eine 2. Hier ist eine 3. Und hier eine 2. Einsen sind fertig hier. Hier oben auch. Hier auch Einsen. Zwei. Fünf. Gut. Machen wir erstmal hier unten weiter. Dann haben wir zwei. Dann haben wir eine 2. Dann haben wir die beiden Reihen auch fertig. Zack. Muss hier das sein. Und hier ist die 2. Eins ist fertig. Hier die 2 fertig. Und die 3 fertig. Eins ist fertig. Drei ist fertig. Zwei und eine 4. Kommen wir hier zwei Einsen. Dann ist das hier eine 2. Hier haben wir die 3. Eine 5. Nein. Oh, lol. Ups. Es war richtig. Aber nicht gewollt. Aber gut. Ich habe mich gerade in der Zeile geirrt. Ich dachte, wir waren bei der 5. Ups. Das ist dumm. Aber ich hatte zum Glück recht. Zack. Hier muss die 3 rein. Zack. Zack, zack. Hier muss eine 1 sein. Das ist hier nur noch die 6. Hier unten die 1 haben wir auch schon. Hier kommt noch eine 1. 2. 2. 5. 2. Zack. Zack. 6. Zack. 1. 2 da. Und hier die 2. Hier haben wir die 2 fertig. So. Hier haben wir eine 3 fertig. Hier eine 1. Zack. 1. Das fertig. Muss hier 1 bis 3. Hier die 2. Die Tante. Die Tante. Yeah. Zack. Wow. Okay. Wir haben immerhin die 12. Okay. Hier haben wir eine 1. Hier haben wir auch eine 1. Hier haben wir mindestens eine 3. 3. 3. Hier haben wir eine 1. Hier haben wir mindestens eine 4 bis dort. Das gleiche hier. 3. 3. 3. 1. 1. Keine 2. 3. 1. Keine 4. Dann passen nur noch hier die 4. und dann haben wir hier die 3. Und 2. Noch eine 2. Eine 3. Okay. Hier kommen keine 5. Die 5 geht bis dort. Mindestens. Zack. Keine 2. Hier muss die 2. Hier die 2. Hier die 4. 1. 2. 1. 1. 5. 2. 1. Zack. So. Dann haben wir hier oben alles weg. Nur hier unten die 2 irgendwo hin. Und dann haben wir hier die 4. 1. Wow. Ich bin begeistert. Muss hier die 2 sein. Zack. 1. 2. 3. 4. 1. Dann muss hier die 2 sein. 3. 4. 5. Zack. Dann haben wir hier eine 1. Hier muss die 2 irgendwie sein. 1. 2. Zack. 1. 2. Zack. 2. 2. 3. 2. Zack. Zack. Und 3 irgendwie hier. Da muss das hier die 8 sein. Komplett. Irgendwie die 3. Hier die 3. Und eine 1. 3 und 2. Irgendwie hier. Hier haben wir eine 3 fertig. 2 und 4. 4. 4 ist hier fertig. Hier muss das doch jetzt eine 1 sein. Okay. Ist mir gerade ein Fehler unterlaufen, wie es aussah, ne? Vorher habe ich das weggehegst irgendwie? Echt? Sicher? Ganz sicher? Leute, seid ihr sicher? Ich bin mir nicht so sicher. Ich wollte nicht noch. Da war mein einer Finger schon wieder schneller als mein anderer. Muss die 3 sein. Und die 1. Und hier. Eine 1 hier. Eine 1 hier. Zack, zack. Das hier ist eine 3 bis mindestens hier. Das hier ist eine 3 und eine 2. Unten ist eine 1. Dann ist das hier oben eine 4. Dann eine 1. Das hier ist eine 1. Das hier ist eine 3 irgendwie. So, man weiß noch nicht wohin. 3 hier oben ist fertig. Sieht's bei den Reihen aus hier. 4 ist fertig. Dann durch die 2 auch. Hier die beiden Einsen. Hier eine 1. Dann haben wir hier auch fertig. Dann muss die 2 hin. Dann haben wir hier auch die Reihe fertig. Hier die 3. Hier die 3. Und hier die 3 und 4. Angeln. Oder? Angeln. Yeah. Super. 2 Level noch. Dann haben wir die eine Seite auch fertig. Okay, wir haben hier eine 1. Ups. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 5, 6, 7. Zack. 1, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Dann haben wir hier die 2 auf jeden Fall. Hier haben wir zwei Einsen. Kommen keine 6 mehr rein. Zack. 1, 3, 4, 6. Hier haben wir eine 1 und die 3. Da haben wir eine 1. Da haben wir eine 1, 1, 1. Das muss eine 2 sein. 2, 2, zack, 1, zack, 1, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben hier eine 2. So, hier. Ob das hier ist eine 1 oder eine 3. Warte mal. 1, 2, 3, zack. 1, 2, zack. 1, 2, 3, 4. Warte mal. Wenn das jetzt keine 3 ist. Hier, zack, 1, 2, zack, 1, 2, 3. Dürfte auch passen. Mann. Das hier ist die 5. Das muss die 4 sein. 2. Haben wir hier die 7 fertig. Hier haben wir eine 1. 2. Hier haben wir eine 2 fertig. Das hier ist eine 2. Dann muss das hier eine 1 sein. Hier eine 1. Wir haben hier eine 6 oder so. Das muss... Das muss eine 1 sein. Das ist auch eine 1. Hier muss die 2 sein. Zack. Die 5 geht bis dort mindestens. Zack, 1, 2. Zack, 1, 2. Hier die 4. Die 1 haben wir beide. Das heißt, hier haben wir auch nochmal definitiv 2 1en. Dann ist das hier die 3. Hier die 2. Hier noch eine 2. Hier kann keine 2 rein. Oh Gott, oh Gott. Zack. Das hier unten muss eine 1 sein. Hier eine 1 rein. Das hier ist eine 1. Dann kommt hier auch die 2. 2, zack. Eck. Das geht alles hier nicht mehr. Äh, nö, nö, nö. Das ist weg. 1, 2, 1. Okay, das passt alles nur noch so. 1 weg. Nein, ups. So. Äh. 1, zack, 1, zack. 1. So weg. 1, 2, 3, zack. 1, 2. Das hier ist nur noch so. Und hier die 2 und hier die 4. Hier die 3. Dann noch hier hinten ganz eine 1. Noch eine 1 und eine 1. Wow, ganz viele 1en, Leute. Äh, das muss die 2 so sein. Und die 5, 4 fertig. Dann haben wir hier die 6 und die 2. Pss. Hier die 4. 2, zack. Zack, zack. So. Zack. Und zack. Nice. Klettern. Wir haben Klettern. Ne, Efeu. Okay. So. 5. 5. Buchstaben. Hat hier dieses Rätsel. Das hier ist eine 1. Das sind auch beides 1en. Kommt das schon mal hier nicht mehr hin. Wir haben hier eine mindestens 6. Hier haben wir eine mindestens 2, 2, 3. Das kann nicht mehr hier hin. Okay. Das hier oben. 1, 2, 3. Zack. 1, zack, 1. Das muss eine 1 sein hier. Definitiv. Ach, Göttchen. Dann muss hier oben die 2 sein. So. Zack und zack. Hier nur 1. Das hier muss eine 1 sein. Kommt hier noch die 1 hin. Muss hier die... Muss hier die 1 hin. Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Hier ist die 2 irgendwie. Das ist hier die 3 tatsächlich. Okay. Ähm... Das hier sind 2. Muss hier die 4 sein. Wie die 6. Ist das die 3? Was haben wir hier jetzt? Ähm... 1, 2, 3. Zack. 1, zack, 1, zack. 1, 2, 3. Hier unten muss die 3 irgendwie rein. Haben wir hier eine 3 abgeschlossen? Wir haben hier noch eine 7. 2 ist fertig. 2, 2, 2. 1. Zack. Das hier ist die 2. Dann ist das hier eine 3. Und hier muss die 1 hin. Genau. Okay. Haben wir hier die 5 oder die 1? Die 5. 1, 2, zack, 1. Ja, okay. Dann muss hier noch der 2 Punkt... Also ein 2er Punkt hin. Und das hier als 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, zack. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, zack, 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack, 1, 2. Ja, das passt nicht. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir wissen nicht, ob das die 1 hier ist. Wir haben hier eine 2 fertig. Muss das hier die 1 sein. 3, zack, 1. Und 1, 2, zack, die 2. Das hier muss die 5 sein. Okay. Das muss nur... Das geht nur so. Anders hätte das nicht mehr... ...funktioniert. Auch hier geht das nicht mehr anders als so. Das hier oben ist eine 1. Das hier muss dann die... Okay. Ups. So, das gehört aber zusammen. Dann ist das hier oben eine 1. Gut, hier noch die 6 hin. Und wir hier die 4. Die 2 komplett. Hier haben wir die 2. Das hier ist eine 1. Was haben wir hier denn noch so offen? Äh... Ah, die 3 haben wir. Okay. Hier haben wir hier eine 1. Noch eine 1. Und die 3. Hier unten haben wir jetzt die 7. 3, 2, 7. 3, 3. 4. Das ist die X. Zack. So. Wir haben das auch. Wir haben das hier auch schon mal Xen. Das ist die 3. Nein, das war ja zu viel. Oh Mann. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Mensch, Mensch, Mensch. So, so, so. Zack. 1. 1. Dann da ist die 2 schon fertig. Und hier kommt noch die letzte 3. 18 Minuten haben wir gebraucht. Hust, Hust. Mit nah. Yeah. Aber gut, Leute. Im nächsten Part geht's dann weiter mit diesen schönen Rätseln hier. Also mit diesen 5 hier oben wahrscheinlich. Und dann diesen 5 hier. Im nächsten Part. Äh, übernächsten Part. Ich weiß nicht, ob wir die 5 schaffen. Komplett in einem Part. Muss man mal gucken. Aber gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Ouch. Doreen.